Die Bibel ist eine Basis, eine Grundlage für unser Glauben, die Geburt Gottes. Und gerade im Alten Testament, das einem vieles so unverständlich erscheint, wo man es nicht versteht oder ich nicht verstehe, ist natürlich ein Referent wie Hans Rudi Tremp. Sehr, sehr gut. Das kann einem die Zusammenhänge zeigen, die Zusammenhänge zwischen den einzelnen Kapiteln, die Zusammenhänge zum Neuen Testament, zeigt, wie stringent, wie konsequent die Bibel ist. Das ist einfach eine Freude. Das ist genial. Das ist sehr gut und mit meinem Glauben gut. Es vertieft es und ist sehr, sehr wertvoll.